Wir befinden uns heute auf dem Feld von Manuela und Kurt Kirchmeier. Es ist kein Zufall, dass die neueste Genussland-Innovation gerade jetzt entstanden ist. Ja, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. So, also, nichts ist passiert. Ja genau, gut drauf und auch noch kompetent. Jetzt ist es Zeit, Oberösterreich wieder stark machen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020